Die Scottish Premiership ist seit 2013 die höchste Fußballliga in Schottland. Sie wurde als Nachfolger für die Scottish Premier League im Juli 2013 gegründet. Erster Meister wurde Celtic Glasgow. Aus Tragungsmodus Die zwölf Mannschaften der Liga tragen pro Saison 38 Spieltage aus. Nach 33 Spieltagen, in denen alle Mannschaften jeweils dreimal gegeneinander antreten, wird die Liga in zwei Gruppen mit den sechs besten bzw. schlechtesten Mannschaften unterteilt. Nun spielen die Mannschaften der jeweiligen Gruppen je einmal gegeneinander entweder um die Meisterschaft oder gegen den Abstieg. Nach diesen weiteren fünf Spieltagen ist dann die Saison beendet. Somit kann am Ende der Saison zum Beispiel der siebtplatzierte mehr Punkte als der sechstplatzierte haben. Der Tabellenerste der Gruppe mit den sechs besten Vereinen ist schottischer Meister. Der Tabellenletzte der Gruppe mit den sechs schlechten Vereinen steigt ab und wird durch den Meister der Scottish Championship ersetzt. Sofern dieser bestimmte wirtschaftliche Kriterien und Auflagen an sein Stadion erfüllt. Der Tabellenvorletzte spielt in Playoffs mit den Zweit- bis Viertplatzierten aus der Championship um seinen Platz in der Premiership. Mitglieder der Scottish Premiership Celtic Rlesco 2014 15. Celtic Rlesco 2015 16. Celtic Rlesco UEFA 5-Jahreswertung Platzierung in der UEFA 5-Jahreswertung Die Kürzel CL und L hinter den Länderkoeffizienten geben die Anzahl der Vertreter in der Saison 2015 16. der Champions League bzw. der Europa League an 21. Weißrussland Weißrussland Koeffizient 20.570 CL 1 L Dritte 22. Dänemark Dänemark Liga Pokal Koeffizient 19.800 CL 1 L Dritte 23. Schottland Schottland Koeffizient 17.900 CL 1 L Dritte 24. Schweden Schweden Koeffizient 17.725 CL 1 L Dritte 25. Bulgarien Bulgarien Koeffizient 16.750 CL 1 L Dritte Stand